Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es wieder um ein Mount, was wir uns einfach im Ardenwald holen können. Und zwar um eine kleine schicke Wiege. Und ich würde jetzt mal sagen, wir schauen uns die mal an. Das ist die Windsamenwiege und die werden wir uns jetzt zusammen holen. Und dazu müssen wir 5 Items looten. Und nachdem wir 5 Items gelootet haben, müssen wir sie kombinieren und diese Items dann beim NPC abgeben und dieser wird uns dann mit dem Mount belohnen. Wo sind wir genau? Wir sind einmal hier im Ardenwald. Und zwar bin ich jetzt hier oben auf den Koordinaten 40, 51. Und zwar hier in diesem großen Bereich müssen wir jetzt Items sammeln. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein. Also wir laufen jetzt hier von dem Weg rauf hin. Und ich habe die Sachen schon gemarkt. Ihr seht, hier habe ich mir Schlagzugsmark gesetzt. Und da haben wir schon das erste Items. Also wir laufen hier rein. Gärtnerkorb haben wir hier. Und der befindet sich jetzt hier auf den Koordinaten 40, 52. Hier ist der Gärtnerkorb. Den können wir jetzt einmal aufmachen. Zack, Gärtnerkorb haben wir gelootet. Dann lauft hier den Weg weiter. Und hier runter bei diesem Wagen, da haben wir das zweite Item. Und das liegt hier drin. Und zwar Gärtnerhammer. Das looten wir jetzt auch. Also im Wagen drin. Das ist jetzt halt ein paar Meter weiter. Bei 39, 54 ist das in dem Wagen. So, jetzt haben wir das zweite. Dann gehen wir wieder hoch. Ihr seht, da haben wir das erste gelootet. Da das zweite. Und jetzt gehen wir hier diese Brücke lang. Und diese Brücke müssen wir jetzt ganz nach oben laufen. Ihr seht, schon da oben habe ich wieder was gemacht. Und dort haben wir dann das dritte Item. Später müssen wir dann noch ein paar Mobs weghauen. Also ein bisschen kämpfen müssen wir dann tatsächlich auch. Und hier seht ihr Tagebuch der Nacht. Das ist das dritte Item. Das müssen wir jetzt anklicken. Zack. Tagebuch der Nacht. Können wir das mehrmals mitnehmen? Ne, okay. Da sind wir jetzt hier bei den Koordinaten 38, 56. Und jetzt können wir hier runterspringen. Zack. Jetzt haben wir ein bisschen Vielfaltschaden gekriegt. Und seht ihr, hier sind wir runtergesprungen. Und gleich hier ist dann das vierte Item. Gärtnerflöte. Das können wir auch looten. Ich habe hier vorher schon gerade ein paar Mobs wegräumt. Hier sind normalerweise ein paar. Und das ist jetzt hier bei den Koordinaten 38, 58. Und jetzt haben wir noch ein einziges weiteres Item. Und da müssen wir jetzt hier hinten rum. Also den Weg laufen wir jetzt hier weiter. Und hier haben wir noch einen Wagen. Also ihr seht, da sind wir runtergesprungen. Hier ist das grüne Mark. Und hier ist jetzt das letzte Item. Und zwar liegt das hier unten drin. Gärtnerstab. Den klicken wir uns auch noch an. Und diesen Gärtnerstab, den haben wir hier unten bei 38, 60. So, wir haben alle drei Items, äh ne, alle fünf Items so rum zusammengesammelt. Das können wir jetzt einsetzen. Und jetzt haben wir das kombiniert. Und das Item heißt jetzt Glitzersternchens Gartenwerkzeug. Und dieses Glitzersternchens Gartenwerkzeug, das müssen wir jetzt zu einem NPC bringen. Und zwar, wer hätte es gedacht, zu Glitzersternchen. Und ja, dort sehen wir uns gleich wieder, sobald ich das abgeben kann. So, dann habe ich den NPC gefunden. Und zwar sind wir im ersten größeren Lager. Tirnaval schimpft sich das. Und dort sind wir bei den Koordinaten 63, 37. Und wenn ihr hier angekommen seid, dann haben wir hier links unseren NPC, den wir brauchen. Und dem geben wir jetzt, ja, sein Gärtnerset wieder zurück, hätte ich gesagt. Also wir klicken ihn an. Und Gärtnerwerkzeug gefunden. Ja, das machen wir. Jetzt haben wir einen Buff drauf. Und jetzt sehen wir nämlich hier so eine Truhe. Und diese Truhe, die wollen wir aufmachen. Und wenn wir die anklicken, dann gibt es hier ein schickes Mount. Und ihr seht schon, Wildsamenwiege schimpft sich das. Und das werden wir jetzt einmal lernen und uns angucken. So, da können wir dann gleich mal aufsetzen auf die Wildsamenwiege. Und ihr seht, das ist quasi ein Mount, wo wir drin hocken. Es wird von nichts gezogen, es schwebt. Sieht ganz schick aus. Ist auf jeden Fall ein einzigartiges Model. Ich muss aber sagen, wenn man das reitet, sollte man da, glaube ich, nicht so nah hinscrollen. Weil man wird ein bisschen, ja, ein bisschen komisch im Kopf, wenn das hier die ganze Zeit so rumwackelt. Okay, das war es aber mit dem kleinen Mountguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, falls ihr mehr Videos sehen wollt. Euer Tjala. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.